Es begab sich aber zu der Zeit, vor langen, langen Jahren, so wie es die Bibel im Lukas-Evangelikum beschreibt. Die Engel verkündeten große Freude und viele kamen, um das Wunder zu sehen. Später entstanden überall Kirchen, selbst auf Dörfern und in Bergregionen, so abgelegen sie waren. Man zündet das Friedenslicht an. Um die Botschaft weiterzutragen. Frieden auf Erden. Gesegnete Weihnachten.